Herzlich Willkommen hier in Zurück in Minecraft. Letzte Folge haben wir damit begonnen, in unserem schönen Büchlein diese Stiefel des Reisenden zu erforschen. Die wollen wir jetzt ja auch bald mal in Angriff nehmen, vielleicht noch ein Ticken leiser. Stiefel des Reisenden, genau, wir brauchen noch diese Federn, ach ich sehe gerade, wir brauchen auch einen Fisch, einen Fisch werden wir auch noch nicht irgendwo haben, da haben wir auch einen Fisch, sehr schön. So, wir brauchen vor allem jetzt 25 von diesen Federn, da habe ich mal ein paar Federn besorgt. Mal gucken ob das reicht. Wir brauchen noch ordentlich was rumgelaufen hier, also es war nicht so einfach, diese Pferden auch dran. Die Hühnchen droppen ja auch nicht mit jedem mal so eine Federn. Da sind sie nämlich auch schon wieder leer. Aber jetzt sollte es doch ausreichen. Gerade so aber auch. Dann behalten wir noch mal. Damit können wir dann noch mal ein neues Fässchen bauen. So, das heißt, wir haben jetzt einmal Praktus mit Metallum, was brauchten wir jetzt noch? Wir brauchen E-Tailer brauchen, wer? Was ist das? Den Fisch haben wir. Wir brauchen zwei Luftscherben. Und wir brauchen dafür eine Federn. Ist der cool? Nur eine aufbewahrt habe. Zauberten Staub. Zauberten Staub haben wir auch. Das heißt den Fisch haben wir. Jetzt brauchen wir noch zwei von den Staub. Scherben. Jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir davon noch zwei? Nein. Natürlich nicht. Es wäre doch auch zu einfach gewesen. Hätten wir jetzt noch eine zweite Luftscherbe. Das heißt, wir müssen jetzt als erstes noch mal Luftscherben uns besorgen. Dann müssen wir mal schnell in die Mine. Vielleicht sehen wir auf Anhieb irgendwo eine Luftscherbe rumfliegen. Ja, wenn man nicht auf alles vorbereitet ist, dann hat man schon wieder die Hälfte der Zeit verbaselt. Da hast du ja nichts. Wir brauchen unbedingt nochmal wieder ein bisschen Sprit hier drin. Und wir haben sogar noch eine Enderperle abgestaubt. Ich meine auch nicht schlecht. Jetzt brauche ich vor allem eine Luftscherbe. Ich sehe jetzt hier leider keine Luftscherbe. Nur grüne Scherben. So, auf Anhieb in der Mine. Es ist natürlich jetzt wieder sehr prekäre Lage. Und das bedeutet... Ich muss erstmal Luftscherben. Das heißt, wir werden doch diese Folge was anderes machen. Ich bin mir noch nicht sicher was. Mal gucken. Mal gucken. So. Das heißt... Mal das Jetpack aufladen. Mal gucken. 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 Wir werden jetzt einfach nochmal in unsere andere Mine rumfliegen. Vielleicht finden wir irgendwo eine Luftscherbe. Es wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Oh, da ist einer. Der hat sich hier aufgelauert. Das ist auch nicht sehr schön. Ich glaube, hier hinten haben wir dann zu diesem Ausguck. Da können wir einfach mal langfliegen, jetzt wo wir fliegen können. Haben wir auch noch nicht gemacht. Dann sehe ich Ordnungsscherben. Keine Luftscherben, keine gelben. Lass mich in Frieden, du Skelett. Und als nächster muss ich noch eine Katarafe bauen. Luftscherben. Dann sind sie ja da. Wir gehen nochmal in die andere Richtung. Vielleicht finden wir doch noch eine Luftscherbe irgendwo. Wie gesagt, diese Ordnungsscherben, die helfen uns jetzt nicht zu viel. Ne. Und das heißt, hier sind keine Luftscherben. Das heißt, wir können eigentlich auch hier wieder weg. Wir importieren uns einfach mal zu unserem neuen Haus. Regnet es ja auch schön. Können wir eigentlich hier gleich diese Folge nochmal eine neue Miene anfangen. Vielleicht. Mal gucken, wie wir das hier am besten angehen. Mal hier rein. Zufälligerweise eine Luftscherbe hier. Natürlich nicht. So, dann gucken wir mal uns an, wie wir das hier am besten angehen werden. Also hier wäre ja schön, wenn wir hier irgendwie einen Mieneingang bauen würden. Am besten so in diesen Berg rein. Mal hier so geguckt. Also da wäre ja ganz nett, wenn wir, wenn hier die dickste Stelle ist, das doch irgendwie hier so machen. Also da ist hier. Vielleicht diesen Berg hier nochmal abtragen, oh Mann. Und der Regen bringt alles zum Einsturz her. Also diesen Berg hier abtragen. Und der Hügel. Und der Hügel. So auf. Ah, dann doch aber auch gleich auf der richtigen Höhe. So hier durchziehen erst mal. Das ist ein Terraforming hier. Folge. Und dann werde ich mir hier erst mal wieder auf die Suche nach einer Luftscherbe gegeben. Was natürlich auch wieder ein bisschen näher erinnert wahrscheinlich. Wenn ich hier eine Luftscherbe habe, machen wir gleich nächstes mal weiter damit, die Stiefel des Reisenden zu erforschen. Und dann haben wir natürlich auch wieder gar keinen Platz für den Nichts. Bisschen. Und dann können wir hier noch rumbuddeln. Mit der Zeit, der auch noch ist. Bödel, Bödel. Bleistig. Ja. dieser bergab tragen ist halt auch nicht ohne es dauert halt seine zeit haben wir jetzt mal angefangen irgendwann mal eine mine zu machen und ich werde diese folge auf der suche nach einer luftscherbe betiteln auch wenn wir diese folge keine luftscherbe finden werden werden wir die nächste folge eine luftscherbe haben ja das sind nämlich gleich offline wie gesagt weiter suchen gelaufen das australien die luftscherbe so werden diese vorhanden warum ist kürzer mal als sonst hat sich das video gefallen hat das daumen nach oben da wenn nicht dann nicht